Hallo und herzlich willkommen in der ZBW. Mein Name ist Nico Erklaasen und ich führe Sie einmal durch die ZBW am Standort Kiel, damit Sie sehen, wie die ZBW aussieht, wie der Lernort aussieht, wenn Sie denn nach Corona auch endlich wieder ganz und gar hierher kommen dürfen. Und los geht's! An der Serviceteckel können Sie alle Ihre Anfragen stellen, persönlich, per Chat, Mail oder Telefon. Im Recherchebereich haben Sie Zugriff auf alle unsere Datenbanken und können auch die PCs benutzen, wenn Sie einmal nicht Ihr Notebook verwenden wollen. In der Nähe sind auch die Scanner, mit denen Sie denn Scans oder die Linden anfertigen können. Hier finden Sie die Abholregale und dort liegen alle Bücher bereit, die Sie vorab. Bestellen. Weiter oben stehen unsere Gruppenarbeitsplätze und Leseseele für Sie bereit. Dort können Sie vertieft arbeiten und gleichzeitig den Blick auf die Kieler Förde genießen. Im Lesesaalbereich hat jede Person ihren Platz für sich. Essen, Trinken, Nachdenken, alles erlaubt in der ZBW. Wenn Ihnen doch mehr nach Austausch steht oder Sie zusammen etwas bearbeiten möchten, gibt es hier bei uns viele verschiedene Gruppenarbeitsbereiche. Hier zum Beispiel mit entsprechender Steckdosenausstattung und auch verschiedenen Instrients, mit denen Sie dann kollaborativ zusammenarbeiten können. Cafeteria-Bereich gerade etwas abgespeckt aufgrund der Pandemie. Vielen Dank, dass Sie mich auf diesem Rundgang begleitet haben. Wir freuen uns auf Sie in der ZBW digital und vor Ort. Beifall bei der ZBW digital und vor Ort. Wir freuen uns auf Sie in der ZBW digital. Wir freuen uns auf Sie. Vielen Dank.